Wir Ein-Besonnen-Unternehmen sind wichtige Player im wirtschaftlichen System. Mein Regionalladen des Gänsehundorfer allerlei bietet eine Vielfalt von Produkten aus dem Bezirk Gänsehundorf an. Ich bringe den Coachee, quasi den Menschen, den ich coache, zu seiner eigenen Lösung auf seine Art und Weise. Ich bin Unternehmer und Networker im Gesundheitsbereich und vertreibe Produkte mit ausgewählten Alleinstellungsmerkmalen. Das Wagerlins Glück ist unser wunderschöner türkiser Getränketruck, der zu Veranstaltungen kommt und dort die Gäste mit tollen Getränken verwöhnt. Ich bin Schneidermeisterin und seit 2014 selbstständig und nähe Kleidungsstücke auf Maß für Privatkunden oder auch für Produktionen. Rund 68.000 Menschen sind in Niederösterreich als EPU unterwegs. Das sind sechs von zehn Betrieben. Dahinter steckt eine enorme Graf, weil wir unsere Berufung zum Beruf gemacht haben. Unsere niederösterreichische EPU zeichnen sich durch ihre hohe Fachkompetenz gebahrt mit leidenschaftlicher Arbeitsweise aus. Mein deklariertes Ziel ist, uns als Ein-Personen-Unternehmen noch mehr vor den Vorhang zu holen. Man kann Ideen verwirklichen, man kann die Kreativität, die man besitzt, frei ausführen. Die Faszination ist Freiheit. Freiheit wirklich, dann arbeiten zu dürfen und zwar zeit- und ortsunabhängig. Es wird nie langweilig. Es gibt eine Menge Herausforderungen, wo man dann im Endeffekt sehr, sehr stolz auf sich sein kann, wenn man sie bewältigt hat. Und mir persönlich ist es ganz wichtig, dass dann die Kundin mit einem strahlenden Lächeln aus dem Atelier geht. Also erst dann bin ich auch zufrieden. Die niederösterreichische Wirtschaftskammer ist gar ein Partner der EPUs und ich nehme natürlich an den Veranstaltungen teil, allein schon wegen dem Netzwerken. Zukunft gemeinsam Unternehmen, so lautet unser Motto. Hat es bisher geheißen, geht es der Wirtschaft gut, geht es den Menschen gut. So gilt künftig sicherlich auch, geht es den Menschen gut, so geht es der Wirtschaft gut. Ich bin stolz auf die vielen niederösterreichischen Ein-Personen-Unternehmen. Sie sind die Stütze der niederösterreichischen Wirtschaft. Wir sind für alle Unternehmen da, unabhängig von Branche und von der Größe. Die Wirtschaftskammer Niederösterreich gibt jedem Unternehmen eine Stimme. Mein Appell, liebe Kolleginnen und Kollegen, nutzen Sie aktiv unsere Serviceleistungen der 23 Bezirks- und Außenstellen der Wirtschaftskammer. Oder kontaktieren Sie Ihre Branchenvertretung. Wir sind gerne für Sie da.